100 Jahre Frieden spielen. Beschreibung. Kronstedt, die Hauptstadt Tandriens. Um Königin zu werden, müsst ihr sie halten und gegen alle Angriffe verteidigen. Helft dem Erzdiakon in der Kathedrale. Da eine Hand die andere wäscht, wird er euch möglicherweise unterstützen. Ach ja, was wir jetzt auch endlich haben, fällt mir grad so auf. Schwierigkeitsgrad. Für die letzten sechs Missionen eigentlich. Vor allem die letzte Mission wird dann sehr heftig werden. Mal gucken, ob ich die nicht vielleicht fürs Let's Play-Off leicht spiele. So viele Versuche, wie ich damals selber gebraucht habe. Ich habe ein einziges Mal gewonnen bis jetzt. Aber gut, jetzt 100 Jahre Frieden. Sieht man seinen Erfolg vor Augen, hat man schon die halbe Schlacht gewonnen. Ja, jeder gegen Wolverine und gegen den Bischof. Jeder gegen jeden. Fünf Siegpunkte. Grotstedt. Grotstedt. Tandriens Hauptstadt. Tandriens Hauptstadt. Falls Lord Wolverine oder Bischof Matthäus uns nicht so vorkommen. Lasst solche Gedanken nicht zu, oder sie werden sich manifestieren. Ich bewundere eure Entschlossenheit, Bors. Es scheint, als könne euch nichts aufhalten. Wo ein Wille ist, Prinzessin, ist auch ein Weg. Und, wenn deren Wille stärker ist als unserer? Dann müssen wir diesen eben schwächen, nicht wahr? Wolverines Hauptlager. Kronstedt gehört mir und meinen Leuten. Zieht eure Truppen ab und ich werde euch verschonen. Hört nicht auf diesen Dieb. Lord Wolverine hat nur Angst, diese entscheidende Schlacht zu verlieren. Wir dürfen uns nicht von Furcht leiten lassen. Die Region hier um Kronstedt ist das Herz Tandriens. Ja, Matthäus Schloss, da drüben. Er hat auch schon eine Kirche. Die Karten werden neu gemischt. Jetzt wird meine Zeit kommen. Um den Lord und den Bischof zu besiegen, sollten wir die Vorteile dieser Region nutzen. Ja, der Kathedrale helfen. Zwei machtvolle Orte aus alter Zeit könnten euch hilfreich sein. Die Kathedrale und die heilige Pilgerstätte. Prinzessin, nehmt euch ein Herz und setzt diesem schrecklichen Krieg ein Ende. Kämpft für Tandrien und dessen rechtmäßigen Thronfolger. Ja, die Pilgerstätte. Das wären zwei Siegpunkte, die wir uns auch holen können. So, jetzt aber erst einmal Quasisgebäude. Oh, wir haben schon eine Kirche. Sehr gut. Ja, die Papiermühle macht Papier. Äh, und die Buchbinderei-Bücher. Gut. Weizen wird produziert. Wird auch schon Bier gebraut. Ja, Bier wird auch schon gebraut. Okay. Das heißt, hier mit den Novizen. Zwar jede Menge gleich. Denn die Technologiekarte ist größer geworden. Bergsteig erst einmal. So, dann gucken wir mal, welchen Sektor hätten wir gerne. So viele wie möglich. Dieses Mal stecken wir halt ziemlich in der Kreide. Äh. Ah, unsere Taverne ist gar nicht mal angeschlossen. Und steckt im Wald fest. Das ist jetzt auch nicht so toll. Der Verkaufsbelohnung noch mehr Hämmer. Äh. Äh. Oh. 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 Gut, jetzt wird es interessant halt. Ah, hier oben kriegen wir Steine. Und ja, welchen Nachbarsektor eigentlich die beiden als erstes? Ja, in Ferrat und Metropole werden. Die haben wir dann bereits gehalten. So, dann mal die... Wir haben einen Siegpunkt, gut. Jetzt hat Wolverine zwei, weil er hat Matthäus die Metropole weggenommen. Niemand stellt sich mir in den Weg. Ich habe geschworen, dieses Land zu befreien und dabei lasse ich mich von nichts und niemandem aufhalten. Ja, und Matthäus hat gerade noch keinen richtigen Bock. Ja, für die nächstbesseren, für Brüder brauchen wir dann Bücher. Und wir werden dann langsam anfangen, Nahrung zu brauchen. Noch selbst dafür brauchen wir Platz. Einer eurer Siegpunkte ist verloren. Wunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Hervorragend! Die Wege des Herrn sind unergründlich. Diesmal lag seine Kunst auf meine Seite. Drei Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Machen wir es erst mal so. Schließen hier Bäckereien an. Wir brauchen auch den Sektor unbedingt. Ich glaube, das ist der, den ich mir als erstes holen werde. Wobei der hier auch nicht unwichtig wäre. Also ja, den hole ich mir auf jeden Fall und befestige ihn. Oh, er geht sich den hier holen. Schönen Siegpunkte! Schönen Siegpunkte! Was ist das? Gut, hier sind sie immer noch nicht die Punkte. Gucken wir mal hier die Punkte. Kathedrale ist auf jeden Fall da. Heilige Pederstätte. Der Bischofssitz. Und ja, das Wunderkind. Das ist das hier. Wolverine hat einen Außenposten erobert. Wir haben auch einen. Gleich erobert. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. Jäger, Förster, Kreuzfeller. So, jetzt haben wir wieder Nahrung ein bisschen. Ja, wie gesagt. Nicht alle Forschungen werden wir nicht kriegen können. Gold werden wir auch brauchen. Gold kriegen wir hier unten her. Also ja, hier werde ich mich gegen Matthäus verteidigen müssen.